Frieda Kahlo sagte zu ihrem Mann Ich bitte dich nicht, mich zu küssen, noch bitte ich dich um eine Entschuldigung, wenn ich denke, dass du falsch liegst. Ich werde dich nicht einmal darum bitten, mich zu umarmen, wenn ich es am meisten brauche. Ich bitte dich nicht darum, mir zu sagen, wie schön du mich findest, oder mir etwas Schönes zu schreiben. Ich werde dich nicht darum bitten, mich anzurufen um mir zu sagen, wie dein Tag war oder mir zu sagen, dass du mich vermisst. Ich werde dich nicht darum bitten, mir zu danken für all das, was ich gebe und für dich tue oder dass du dich um mich sorgst, wenn meine Seele am Boden ist. Und ich werde dich nicht bitten, mich bei meinen Entscheidungen zu unterstützen. Ich werde dich nicht einmal bitten, mir zuzuhören, wenn ich dir tausend Geschichten erzählen muss. Ich werde dich nicht darum bitten, etwas zu tun, nicht einmal an meiner Seite zu sein. Denn wenn ich dich erst darum bitten muss, will ich es nicht mehr. Nachmittag Vielen Dank.